fahren wir jetzt gerade in den nebel sieht's so aus am schnitter versteckt die stehen noch oder was wir gehen halt da verkaufen aber da kriegen wir glaube ich nur fortschritt für die schnitter kampfbereitschaft herstellen lass mal noch ein bisschen säge die dampfen uns sonst weg hier ich würd so gerne wieder entern wenn die monage noch rankommen kommen wir doch an oder ja ja lass uns mal mit vollem segel fahren bis wir da rankommen drehen die vor der insel ja die drehen nach links drehen nicht zu weit jetzt stehen sie da vor der insel na lass doch los hier moment schon mal eine verpassen damit zu wissen dass wir es ernst machen auch bei der drücke geschossen sehr schön sie drehen uns noch die andere seite zu jetzt nicht mehr also hier ist definitiv so dass wenn ich nur das schiff treffe und kein skelett treffe das war's oder ja jetzt stehen sie ich mache einen anker runter mach mal einen anker wenn die ja wenn wir so stehen bleiben dann kann ich das loot rein holen na gut also kein entern die überhaupt mal zurück geschossen ich würde sagen nein da gibt es wieder eine neue lagerkiste mit supplies ja die vögel schon wieso sind die vögel so weit rechts ja keine ahnung ist nie da wo es na komm schon wir brauchen noch ein drittel ja das reicht nicht ne das hat nicht gerecht wo ist die lagertruhe gelandet ja wir sind direkt nach dem westen ja 53 kanonen kugeln vielleicht erspricht kann man mal machen also mit lagerkisten wird man echt zugeschissen wenn man hier das macht wir müssen uns tatsächlich überlegen in zukunft ob wir uns noch welche kaufen naja gut am anfang brauchst du ja wenn du so bleich sammeln willst einigermaßen schnell brauchst du ja ein bisschen was ich will mir mal schnell was zu trinken holen wir haben noch irgendwas Hai oder irgendwas jo dann segel wieder raus dann schlag schon mal ein in irgendeine richtung dass wir nicht so nah an die felsen kommen ich weiß ja noch nicht mal was es ist ne galione ne galione aaa karl 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 ja ist was ich ziehe uns hier vorne rum oder willst du links rum fahren sie wartet halt dahinter sie fährt halt nicht durch jetzt schießen sie auf uns jetzt fährt die halt ungünstig also der Pirat ist jetzt auf dem Weg nach Quest and Isle ja wir brauchen schon noch ein paar Skelettschiffe um hier Stufe 5 zu werden wo ist er? das ganze Loot ist hier gestapelt ne? ist halt super gespawnt gell das war erst schon übel zu knapp sind wir unten dicht eigentlich linker Seite ich nehme die hintere Kanone achse Plattform wo sind sie denn? linker Seite vor uns dreh deine Kanone also für irgendwas habe ich gerade 1000 bekommen weiß nicht für was Skelettschiff mit Kanonenkugeln getroffen wow jetzt krieg ich mal gleich auf den Sack hier wo ist es so zappenduster hier unten? wir können ja mal ein paar Distanzschüsse machen hier oh hier vorne ist irgendwie Loot im Wasser oh oh Was ist das? Die müssen doch jetzt bald mal kaputt sein Ja, die reparieren da unten halt immer sehr schnell wieder Die hängen aber schon tief auf jeden Fall Ich versuche mal jetzt rüber zu gehen Ich schieße mal da drauf Nein, da ist doch die Leiter Die sind noch weg, oder? Ja, die sind noch weg Jetzt sind sie weg Jetzt stehen sie, ja Das hat immer noch nicht gereicht, ne? Ja, aber die Schädel vom Skelett-Captain Die Skelett-Truhe vielleicht noch Das darf doch reicht Keine Ahnung Die haben schon ihre Munitionssäckchen oben liegen lassen Boah, ich habe gerade ein hunderter Ping, Alter Ja, ich auch Jetzt sind wir bei 78 Ich habe die ganze Zeit 60 Okay Klapp noch mal ein bisschen Ah, kurz davor Ja Ne, mehr kommt nicht Ne, mehr kommt nicht Für wen noch ein, ein Strich fehlt noch Das ist der letzte, wie es halt immer ist 99% und der letzte braucht ewig Ja So, Lagerkiste Was haben wir drinnen? Wieder 55 Kanonen kugeln Aber die haben wir diesmal bestimmt auch verschossen Also ich habe ein paar Mal Wir haben direkt einen Piraten bei Port Merrick Ein bisschen weiter oben drüber Wir haben jetzt einen Haufen Loot an Bord, ne? Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt lieber safe fahren sollten Ja, wir sollten Also ich bin der Meinung, wir sollten safe fahren Dann sag mal Zum Beispiel nicht auf die Insel da vorne Ja, aber dann sag mal Also das scheint mir ein Zweimaster da vorne zu sein Da hinten sind auch nochmal Skelettschiffe Ja, da ist aber auch der Zweimaster, oder was ist das denn? Ist ein Dreimaster Das ist eine Galera da hin Galera Oh, nicht, dass das die schon wieder sind Ne, lass uns wegfahren Okay, sag mir mal den nächsten Die sind links von uns aktuell Ja Ja, dann fahr Irgendwas ist es geworden Nach rechts Ja, ja Ne, du kannst Ja, Ost-Nord-Ost Daggertooth Ist, äh, ich sehe da in der Entfernung auch noch was Weiter, weiter, weiter drehen Ost-Nord-Ost Ne, nach Sanctuary würde ich nicht fahren Weiter drehen Ja, da hinten ist aber auch noch irgendein Zweimaster, Dreimaster Da sind Zweimaster da hinten Noch weiter nach Osten Ja, ja, noch weiter nach Osten Ost-Nord-Ost Ist das ein Spielerschiff? Ja Naja, dann lass uns halt nach Südosten fahren Nach, äh, Morris Peak So weit weg? Ja, wenn hier überall alles belegt ist Nach Gairns Grave fahren wir an Daggertooth vorbei Oder du fährst nach Ancient Spire Das können wir auch probieren Nach Südosten Ne, Ancient Spire stand vorhin auch einer Ja, irgendwas müssen wir machen Irgendwo müssen wir hinfahren zum Verkaufen Aber voraus ist doch keiner Oder? Na doch, hier rechts von uns Ist doch einer Ja, ist ein Zweimaster Direkt voraus ist doch keiner Immer oben ins Krähen Ein Daggertooth Ne, direkt voraus war jetzt, glaube ich, keiner Müssen halt gucken, was wir mit dem Was da mit dem Zweimaster rechts von uns ist Wo der hinfährt Der gondelt da runterwärts Ja, aber nicht, dass er halt rumdreht Wenn wir jetzt da zum Verkaufen fahren Also wir müssen den auf jeden Fall im Auge behalten Denn jetzt die Flagge noch verlieren Das wäre halt super ärgerlich Denn wenn wir jetzt Stufe 5 werden Kriegen wir die Botschafter-Mission Die sollte uns eigentlich richtig vorwärts bringen Bei Athenis Degen Fahren wir ein Stückchen weiter nach links Wir fahren da vorne auf den Felsen drauf Oh, wir haben sogar eben wieder zwei Lagerkisten bekommen, sehe ich gerade Die entleer ich mal in unsere Backup-Kiste, dass wir auch mal 100 Kanonenkugeln drin haben Der dreht bei Naja Der weiß schon, dass wir verkaufen wollen Wenn ich jetzt hier so einen beschisseneren Ping habe, habe ich eigentlich keinen Bock auf Gehfecht Wir können ihn mit Lagerkisten bewerfen Ja, wir haben auch genügend anderen geraten Ja, wir haben auch genügend Kanonenkugeln, mit denen wir die bewerfen können Du musstest jetzt nach rechts drehen, ne? Aber der fährt weg von uns Sicher? Der fährt nicht auf uns zu Der hat nicht auf uns zugedreht Ne, der ist doch da hinten bei Ja, ja, der fährt halt jetzt nach links Schwierig zu sagen Ja, ihr müsst sagen, wo ich hinlenken muss Fahr mal direkt drauf zu Ich nehme die dicke Kiste Das wird hier auf jeden Fall Direkt drauf zu Also ich habe jetzt die Truhe der antiken Tribute Die verticke ich da auf jeden Fall Und zur Not fahren wir halt weiter Denn der dreht Der dreht hier schon wieder zurück, ne? Der dreht da hinten gerade hinter dem Felsen Ich sehe ihn jetzt gerade nicht mehr Ja, dann nehme ich auch noch schnell eine Kiste mit zum Verkaufen Ich glaube, wir können anlegen Ich sehe ihn gerade nicht Naja, ich sehe ihn auch nicht Siehst du, was das im Krähen ist, Björn? Ne, ich bin einfach nicht Ich bin nicht mehr im Krähen ist, ne? Ich spring schon mal rüber Und dann gehe ich hoch auf den Turm Und guck mal von da aus Vielleicht sehe ich ihn von da Also ich sehe nix Ja, dann fangst du mal an zu verkaufen schnell Ja, schon dabei, schon dabei Geh hoch Klein, du stellst dich am besten gleich unten hin Ja Dass du gleich verkaufen kannst Ne, ich sehe ihn nicht Ich glaube, ich habe alles Jetzt schnell verticken Da geht viel los auf den Sägen Ja Das stimmt Aber wir haben jetzt keinen Athena-Loot Also es bringt uns nicht bei Athena-Sägen weiter Na, da wird aber jetzt doch, glaube ich Mal so eine Schädelscheiße ausweichen Um uns da hoch zu pushen, oder? Das ist die Frage Ob nicht einfach so ein Fohr Wieder schneller geht Das ist die Frage Okay, wir haben alles verkauft Weißt du was, dann lass uns doch nochmal so ein Fohr machen Okay, da war eins hier irgendwo Ne, nochmal so ein Auftrag Achso Können wir doch machen Ja Aber ich kann es nicht annehmen Ich bin noch nicht Stufe 10 Da hinten ist halt auch so ein Fohr Ja, aber da ist halt kein Athena Ja, lass uns das mit dem Athena-Loot machen Dann bin ich vielleicht danach knapp Level 10 Oder kurz vor Du musst es annehmen, Björn Ja, ja, aber doch mal Ich bin noch nicht das Schiff hier einfach so umher Dornen lassen Okay, Florian, hast du schon mal dein Schreien gemacht da? Lass mal aus Schatzkameras ja nicht schreien Vielleicht kriegen wir jetzt auch wieder einen Server mit einem besseren Ping Und weniger Leuten Ja, also hier war es schon krass jetzt Vielleicht war deswegen auch der Ping so hoch Weil so viele Leute drauf waren Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Auswirkung hat Was wir für eine Armada an Lagerkästen haben, Alter Äh, rechts von einem Skelettgarione Aber lass uns erst mal das da vorne machen jetzt Ich sehe keinen Reaper und keinen Piraten auf der Ähm, ich glaube die Schaluppe steuert die auf uns zu Keine Ahnung Ja, die bestimmt sind sich da hinten Ich glaube wir müssen mal, gern dir mal ein bisschen nach rechts Ja, ich bin am Regeln Glaubst du, je heftiger du im Endeffekt gegen die Hindernisse hier fährst, desto Weniger Schaden macht's Weniger Schaden macht's Weniger Schaden macht's Ich weiß gar nicht, warum das so ist Ist logisch Was mit ihm? Oh scheiße, unser Schiff läuft ja doch voll Ja, die haben uns getroffen von vorne Wir haben eine Kanonenkugel reingekriegt Echt? Ja, ja Ich dachte, es hat sie mitbekommen, dass wir getroffen wurden Nö Ich hab gedacht, dass wir jetzt ein Deck hier durch Antitzen Aua Sollte es mich am besten mal nicht in der Nähe von dem Sprengfass hauen Du hast noch keinen Lagerraumschlüssel gefunden? Ne Balsam Okay Dann kannst du gleich hochgehen und aufmachen Ja Zwei Schaluppen vor uns Eine Schaluppe, eine Skelett-Schaluppe Und die wollen jetzt was von uns, oder was? Eine Skelett-Galione hinter uns mit einer Schaluppe Alter, wollen die mich verarschen? Okay, wir sind Stufe 5 auf jeden Fall Das sollten wir uns auf jeden Fall nicht mehr nehmen lassen Eine weitere Schaluppe ist hier vorne auch noch Alter, was ist denn heute los, ey? Sind die alle schon wegen dem Feiertag Urlaub, oder was? Gut, würde man vorausgehen, dass das alles Deutsche hier sind Vielleicht sind es auch alles Ägypter, die haben heute Feiertag Franzosen, würde ich sagen Gut, aber die Franzosen werden ja Ist der Tag der Deutschen Einheit Ach, Quatsch, Tag der Deutschen Einheit Der Tag der Arbeit Ach ne, es war letzte Woche, ne? Äh Vatertag haben die wahrscheinlich nicht alle Also Christi Himmelfahrt nicht So weiß man natürlich nicht Könnt ihr theoretisch Vielleicht ist es ein christlicher Feiertag in jedem christlichen Land sein, oder? Ja, Christi Himmelfahrt, na klar Aber es kommt noch keiner auf uns zugefahren, oder? Nee, die sind auch mit ihrem Zeug hier beschäftigt Kommt der Käpt'n jetzt? Nee, ja, ne Pass auf mit den Sprengfässern, ne? Ja 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 Ich liebe dich, ich liebe dich Und seasl Keep V Hispanic Du bist Ich liebe dich Rausle Und Mal gucken, ob da jetzt der Käpt'n mit hochkommt. Die Musik ist ja nicht da vom Käpt'n. Pass auf die Sprengfässer auch wenn du da rumpallerst. Da war noch eins, ein Phantom. Jetzt kommt er. Spawn hier oben. Ist der Käpt'n dabei? Ja, ja, ja. Dann sag mal, wenn er kommt. Hab ihn schon. Hab ihn getroffen mit dem Sprengfass. Böser. Unten. Alter, kann er mal aufhören, sich mit Zweck zu teleportieren? Hab ihn. Ja, sauber. Hast du die Schatzkammer oben schon leer gemacht? Naja, da waren bloß zwei Schädel. Lagerraum. Dann hast du auch alles aufgemacht, ja? Ja. Also die Schränke aufgemacht, so. Ja. Okay. Okay, das heißt, wir fahren dann verkaufen und dann müssten wir irgendwo mit irgendjemandem quatschen, um die Botschaftermission zu kriegen. Mhm. Erstes Supply ist aufgesammelt, ja. Naja, ich hab ne weitere Kanonkugelkiste vollgemacht bei so vielen Freunden, die wir haben. Haha. Ich find's echt krass, wie viel heute los ist. Aber der Ping ist tatsächlich besser auf dem Server. Weil wenn ich allein im Umkreis von uns drei Schiffe sehe, dann... Kann man doch diese Bleis noch mal ein bisschen aufstocken, finde ich. Oh, sorry. So, ich glaub wir haben alles. Schatzkammer ist leer. Also bis auf den Haufen Gold, der hier noch rumliegt, aber den kann man ja nicht mitnehmen. Hol mich rein. Ich hab die Dinger hier schon alle vollgemacht, die Schatzkisten, ja? Ja. Geht nichts mehr rein. Keine Ahnung. Die nicht bedient. In eine müsste, glaub ich, noch eine Sache reingehen, aber... ... ... ... ...